Musik Rund 234 Millionen Euro wollen Salzburgs große Unternehmen mit Landesbeteiligung, Salzburger GGSWB und Salzburger Flughafen heuer investieren. 5.000 Arbeitsplätze stehen direkt oder indirekt mit den Unternehmen in Zusammenhang. Das Statement von Finanzreferenz David Brenner dazu ist klar. Diese Unternehmen versorgen die Schlagadern des Landes. Eine Privatisierung, um schnell ein paar Millionen für die Budgetsanierung zu kriegen, wird es nicht geben. Der Gemeindebedienstete Rudolf Wesseli folgt Otto Miller als Ortsfeuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hallein und zugleich als Kommandant des Abschnittes 3 Tennengau nach. Die Vielfältigkeit der Salzburger Museumslandschaft zeigte sich kürzlich bei der zweiten Generalversammlung des Landesverbandes Salzburger Museen und Sammlungen im Museum Burg Golling. Der 2009 gegründete Landesverband zählt derzeit 63 Mitgliedsmuseen und 38 Einzelmitglieder. Der erste Tag der Wasserkraft in Salzburg, der diese Woche in der Wirtschaftskammer stattgefunden hat, hat für großes Interesse bei Planern und Kleinwasserkraftwerksbetreibern gesorgt. Mehr als 250 Interessierte haben teilgenommen. Jedes Kind benötigt ab 15. Juni 2012 für Auslandsreisen einen eigenen Pass oder, sofern es nach den Einreisebestimmungen des Gastlandes zulässig ist, einen Personalausweis. Die Eintragung im Reisepass eines Elternteils gilt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Auch dann nicht, wenn der Pass noch länger gültig sein sollte.